Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Project. So, wir schlafen mal. Nein, wir wollen nicht schlafen. Oh mein Gott, es ist zu früh. Ach je. Schade. Ach ja, brauchen wir Wasser auch noch. So wollten wir es nicht. So wollten wir es nicht, meine Freunde. Das wollten wir. Oh, der Mais ist fertig. Ist das cool? Und eine Eidechse, Kräutung anhand. Die werden wir diesmal nicht töten, noch nicht. So. So, wenn es regnet, freue ich mich schon. So, dann beginnen wir mit unseren Wasserlöchern. So, gießen, 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 mit Öl. So, und so. So, die Eidechse lasse ich am Leben tatsächlich wegen der Käfer jetzt. Wenngleich ich den Bäumchen, den Baum, wirklich gerne abholzen würde. So. Trinken ist super. So, dann machen wir mal den hier. Machen wir mal den hier. Haben wir Dünger? Ich hole den Dünger und wir vermehren den Baum. So. Dünger. So, solange es noch geht. So. Dünger würde ich sagen, setzen wir mal hier den anderen ein. Vorher kann man das ja ruhig enger machen, ein wenig. So. So, nämlich ihn hier. Genau. So, jetzt haben wir zwei von den Samen. Also einmal. Und da machen wir gleich den Zweiten. Den Zweiten hier. Super. So, mein liebes Käferchen. Ich würde dich echt gerne noch töten. Das wäre mir jetzt gerade sehr wichtig. Geh nicht in den Blubber. So. Guter Ratschlag von mir. Geh nicht in den Blubber. Dunkel ist es. So, wir brauchen unbedingt... Ich muss den Samen noch pflanzen. Ich hoffe, ihr seht noch was. Ich weiß, es macht es immer etwas dünnkler. Aber es ist gut, wenn man was sieht. So, 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 so. So, und da müsste man noch gießen. Geht es noch? Es tut mir so leid, dass das jetzt so dunkel ist. Das ist unangenehm. Ich hoffe, es geht. Aber so aufregend ist es auch wieder nicht. Wir gießen gerade in Mais. Yeah. So. Super. So, Mais fehlt gegossen. Und wir legen uns mal hin. Wieder hell. So, bevor wir uns hinlegen, wir haben natürlich... Okay, das machen wir noch. Dann werden wir das da abkochen. So. Haben wir viele Dinge. Haben wir viele Dinge. Heftig, heftig. So, ich sammle mal. Können wir irgendwas... Ich habe nichts zum Verzehr... Oh, das Hühnchen werden wir zubereiten. Das Hühnchen. So, wir töten mal das... Also, wir rupfen mal das Hühnchen. So, Metzgerblock. 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 Hühnchen. Tja, gerupfte Sühnchen. So. Dann hier. Dann würde ich sagen, Hühnchen da rein. Mörser weg. Gebratenes Hühnchen los. Ah, Mörser wieder rein. Ach, wie süß. So. Es ist 22.40 Uhr. Ich möchte noch gerne einmal Samen reinwerfen. Da ist die Eidechse. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt sieht. So. Dann haben wir hier. Nö, falsch. In die Rüttelmaschine. Ich sehe hier auch nichts mehr. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich befülle auch noch den Komposter. So. So, da werfe ich das rein. Und das rein. Und da kommt das rein. Super. So, Hähnchen ist am Grillen. Das kochen wir nachher ab. Dann würde ich mal sagen, die können wir da reinlegen. So, wie viel Platz haben wir in der Kiste für Holz noch? Drei. Okay, dann werden wir da mal das Holz rüberbringen. So, Holz. Hier. Eins, zwei. Mal Biomüll. Mal Stöckchen. Wir sortieren das jetzt gleich ein wenig. Also, nicht extrem, aber ein wenig. So. Dann haben wir hier in der Kiste. Ja, da ist alles gut. In der Kiste ist es nicht ganz so gut. Stängchen. Metallsachen. Das, das, das. Alles gut. So. Da kommt das auch rein. Das kommt wieder raus. Das kommt rein. Das kommt rein. So, Brettchen. Leder. Ja. Die Stöckchen. Wir brauchen nachher noch eine Kiste. Wir brauchen nachher noch eine. Nein, nicht jetzt. Nachher. So. Nein. So, hier. Da kommt das Holz noch rein. Das Reserveholz. So, dann bringen wir die Getränke weg. Getränke weg. Getränke weg. So, das ist der falsche Kasten. Da ist Getränke. Da kommt mal das rein. Und da kommt mal das rein. Wobei Thymian könnte man echt jetzt schon bald vertragen. Ganz gut. Nämlich sogar. So. Dann kommen da die rein. Die werden wir kochen. So, dann legen wir da mal den rein. Das Hähnchen ist auch schon am fertig werden. Subium-Müll haben wir hier. Drüben, der arbeitet noch. Da haben wir noch Samen drin. So, die räumen wir jetzt weg. 36. Super. Jetzt haben wir alles für heute erledigt. Der Rest kommt morgen. So, jetzt aber. Möchtest du schlafen? Ja. So, wir warten bis auf morgen. So. Jetzt sind die Haare aber ordentlich gewachsen. Das ging schnell. Mit Zopf gleich. So, dann haben wir das hier. Wir kochen auch gleich ein wenig Mais. Das nehmen wir mit. Nachher kochen wir dann das Wasser ab. Das Hähnchen. 105 Essen. Yeah. Super ist das. Super ist das. So. Den Mais können wir nachher dann unten reinwerfen. Ich möchte wissen, was ein Stuhl kostet. So, wenn wir einen nützlich. Ein Stuhl ist nützlich. Ja, aber nicht so sehr nützlich. So. Möbel. Stuhl ist ein Möbel. Ja, Stuhl ist ein Möbel. Stöckchen und ein Messerchen. So. Ein Messerchen und Stöckchen. Haben wir die? Haben wir die? Ja. So, Messerchen, Stöckchen. Messerchen, Stöckchen. Ein Stuhl. Oh, wie schön. So, wir haben hier einen Stuhl. Den können wir draußen platzieren oder drinnen platzieren. Ist völlig egal. So. Stöckchen, Stöckchen. Hier. Das Messerchen rein. Oh ja. Oh ja. Kochen. So. Messerchen legen wir zurück. Oh, jetzt werden wir nicht mehr Hunger leiden. Na ja, Hunger leiden. So. Den Stuhl stellen wir mal. Platzieren können wir später auch noch woanders. Hier. So. Eine Stunde. Nö, zwei Stunden. Zwei Stunden. Los. So. Ist es draußen jetzt hell? Wir brauchen 40. 10. Das essen wir zusammen. Da freuen wir uns. Wir nehmen die Wasserflasche. So. Und schauen wir mal raus. Ja, viel besser. So. Da haben wir alles gut gegossen. Super. Das mit den Haaren. Da müssen wir uns was überlegen. Oh, die Heidexe ist wieder da. So. Wir holen noch Bio. Bio. So. Super. Bio. Und da rein. Super. So. Die Samen haben wir da. Boah. Da haben wir viele, viele Siaren. Viele, viele Samen. So. Das kommt da rein. So. Der kommt da rein. Der kommt da rein. Wasser haben wir dabei. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt den Ausflug. Den zweiten Ausflug in die Fabrik. Der zweite Fabrikstag. Warum habe ich den? Warum habe ich den? So. Ich brauche das zwar nicht alles mit, aber wir gehen trotzdem so, wie es ist in die Fabrik. Da, 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 da. So. Super. Auf zur Fabrik. So. Plan ist, wir plündern in der Fabrik. Alles, was noch da ist, dann ist nämlich die Fabrik geklärt, geklärt, geklärt und geklärt. Oh, wie schön. So. Und dann kümmern wir uns um die Blumenbüsche. Ja, das wird auch um die Blumenbüsche. Oh, das wird super. Dann können wir auch in der Nacht, dann können wir in die Mine. Oh, das wird super. So, hier steht ein Müllcontainer. Den werden wir uns auch noch anschauen. Da unten die Mistkühlen. Ah, das werden wir alles ansehen. Oh, Aloe Vera. Aloe Vera. So. Hier. Jawohl, Biomüll ist gut. Zwar jetzt nicht so, also der Burner, aber Biomüll. So, da waren wir überall drin. Auf der Seite waren wir auch. So, wir wollten. Genau, wir fangen hier mal an. Oh, Seile, Draht. Endlich. Hoffentlich wird das mit dem Rucksack noch was. Oh. So. Biomüll aus dem Skelett geholt. Super. Okay. Schön. Aber hier? Nö. So, dann schauen wir da mal. Also, die Skelette heutzutage, die tragen auch nichts mehr bei sich. So. Oh, oh, ein Wurm. Ein Wurm. So, das Skelett hat einen Wurm dabei. Wie schön. So, dann gehen wir da mal. Und das Hötzchen, das Fadenteil. Oh ja, oh ja. Ja, das ist aber, das ist aber gut. Bio-Müll können wir auch brauchen. Natürlich können wir Bio-Müll brauchen. Nehmen wir da mal aus. Und ich glaube, wir haben dann fast alles schon erledigt. Da wäre Wasser zum Abholen, aber brauchen wir gar nicht. Haben wir da überhaupt noch raus? Ja. So. Dann schauen wir uns mal die Toiletten. Also die Toiletten nicht, aber die Skelette bei den Toiletten. Da hätten wir überall Wasser. Für den Fall. Wir haben Bio-Müll. Bio-Müll. Ah. Ich freue mich so. Wir haben die Fabrik. Wir haben die Spitzhacke. Wir haben die Rüttelmaschine zu Hause. Es ist super. So. Dann haben wir noch mehr Bio-Müll. Bio-Müll. So, schauen wir mal. Da kommen wir nicht runter. Kommen wir da runter? Ja, da kommen wir runter. Da waren wir drin. Dann fehlt er hier noch. Da war nichts. Okay. Da waren wir schon drin. Da waren wir auch drin. Das Skelett haben wir uns auch schon angeschaut. So. Oh ja, da liegt viel Zeug noch rum. Ich brauche Wasser. Ja, aber jetzt, wo es gerade so lustig ist. So. Dann trinken wir mal Wasser. Trinken. Super. So. Kann man da schon? Nö, Essen. Noch nicht so. So. Oh, kann man noch nicht mitnehmen. Verdammt. Verdammt. Hätte ich aber schon gern mit. Gebe ich zu. Gebe ich zu. So. Kann man irgendwas brettieren? Ich würde die brettieren aber behalten wollen. Mal die weglegen. Den Wurm können wir weglegen. So. Dann nehme ich mal lieber das da. So. Dann nehmen wir da noch Zeug. So. Deine leere Palette. Da liegen noch ein paar Reifen. In der Mikrowelle ist auch nichts Spannendes mehr. Dann, meine Lieben, die Fabrik ist fertig. Ach, wir haben es geschafft. Die Fabrik ist fertig. So. Super. Fabrik erledigt. Dum, dum, dum. Ähm. So. Dann können wir uns jetzt nämlich um die Blumen kümmern. Oh, wie schön. Ah. So. Was haben wir? Kurz mal schauen. Ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Vielleicht kriege ich sogar einen Rucksack hin. Das wäre toll. Das wäre toll. Einen Rucksack. Ah. So. Dann laufen wir mal zurück. Schauen wir mal. Und dann werden wir uns um die... Oh, Vergiftung steigt. Um bedenklich. Steigt bedenklich an. So. Da, da, da. Da kann man auch schon durch. So viele Käfer. Widerlich. Noch ein Käfer. Ja, und da unten. Natürlich müssen wir da auch noch plündern. Wenn der Käfer schon... Dann hätte ich ihn echt gern getötet. So. Käfer, Käfer. Käfer, Käfer, sei es gewesen. Dann kriege ich in dem Blubber und verende. So, das ist die Wächter-Edechse. Die haben wir da extra beschäftigt. Aber wir können gar nichts mehr nehmen. Na, wir können gar nichts mehr nehmen. Na, wir können gar nichts mehr nehmen. Ah. So. Haben wir Dünger. Thymian. Ja, ja, Thymian. So, das kommt da rein. So, wir brauchen Thymian. Okay. Wenn es Mädel sagt, sie braucht Thymian, dann glaube ich ihr das. Hier, Thymian. Ähm. Da. Und abgelegt. So, Gitter, da und Draht. Kommt da rein. So, Stoffe. Sechs Stoffe. Geht das schon für Weitraut? Nö, oder? Tierzucht. So, züchten wir Weitraut. Fünf Stoffe. Fünf Stoffe. Oh, Weitraut, Weitraut. So. Oh. Weitraut. Wir kommen dem, wir kommen dem Thymian. So, haben wir da noch. Nein, da haben wir nicht. Und Stöckchen. Stöckchen, wir brauchen Stöckchen. Weitraut. Weit ist es soweit. So, Moment. Ich lege das jetzt mal ab. Sonst laufe ich noch 15 Mal herum. So, das lassen wir da. Stöckchen. Oh ja, die Stöckchen. Verdammt. Noch mehr Stroh. Hm, na gut. So, wir brauchen Stroh. Haben wir das da unten? Haben wir das da? Ja. Ja, Leute, Stroh. Oh, Stroh. So. Ja, der Kerzenkorb. Dun, dun, dun. So, das nehmen wir wieder mit. Das nehmen wir wieder mit. Ah. Ah, das macht mich schon glücklich jetzt. Ah, muss ich sagen, super. So, räumen wir mal weg, was man... Ja, irgendwie passt ja doch rein. So. Den stellen wir da rüber, den legen wir da rein, den Wohr haben. So, essen könnte man das auch schon. Das machen wir auch, dann ist weg. So, dann würde ich sagen, wir platzieren den Katzenkorb, 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 Katzenkorb. Wo platzieren wir den? Vor das Bett. Nehmen das Bett. Wir müssen ihn draußen platzieren. Gut. Katzen müssen draußen wohnen. So. Nämlich hier. Oh, oh, Mais. Mais, du, ernten. Ach, wie cool. Jetzt, jetzt läuft's, jetzt läuft's. Ach, wie cool. So, wir müssen schnell Samen holen. Ach, super. So. Zehn Stück. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Zehn Stück, genau. Hier. Oh, ist das cool. So. Ja, mein Mädel, dann machen wir mal das Feld neu. So. Die ist sehr tapfer, sehr brav, die junge Dame. Dafür, dass sie 300 Jahre lang einfach so im Weltraum trieb. Super agil. So. Ach, shit. So. Wir haben zehn davon. Wir haben elf davon. Genug Samen. Bedeutet, wir holen uns jetzt nochmal Biomüll. Biomüll werfen wir da rein. So. Und fangen an, Ding zu kochen. Ding. Biomüll kommt da rein. Ding kommt da rein. Yeah. So. Mais kochen. Das nehmen wir da raus. Kochen. Yeah. Ja, das legen wir wieder rein. Während das kocht, schauen wir jetzt noch. Kurzer Blick auf die Uhr. Ja. Alles gut. So. Während das kocht, schauen wir mal kurz, ob wir vielleicht noch runter haben. Hammer Platz im Inventar. Ja. Ja, ist okay. Ich nehme alles mit. Ich nehme alles. Oh, wie schön. Wie warm. Die Fabrik ist erledigt. Der zweite Fabriksbesuch. Sehr erfolgreich. Sehr befriedigend. So. So. Hier. Nein, nein, nein. Ach. Verdammter Käfer. Verdammter. Oh. Verdammter Käfer. Verdammter Käfer. Das ist ein fieser kleiner Käfer. So. Gut. Da ist eh nichts drin. Dann kümmern wir uns jetzt um die Blume. So. Ein Auto. Sehr gut. Oh. Ein Auto. Sehr gut. Ah, ein LKW. Sehr gut. Irgendwie. Naja. So. Da haben wir auch nichts. Missküppel. Den ganzen Müll durchfüllen. Super. Oh. Rezept für Blumenbusch. Das ist gut. So. Sehr gut. So. Jetzt holen wir uns da mal. und ins Grab rein. Ah, da, da. Yeah. Oh, ja. Wir werden es wieder schön machen. Da werden wir irgendwas hinpflanzen. Das wird schon super werden. So. Ah, und wieder zurück. Und wieder zurück. Da fahren wir schon drin, oder? Ja. So. Ich freue mich total. Ah, und da wachsen jetzt die beiden. Ich brauche mehr Eidechsen. Mehr Eidechsen. So. Naja. Der und der da oben, die werden schon noch größer. Da sitzt schon mal eine Eidechse. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Wir stellen uns da mal kurz her, weil wir haben ja jetzt Lernen. So. Füge das Rezept zum Labor. 5. Dann gehen wir mal ins Labor. Schau mal. So. Alchemie-Labor. Yeah. Blumenbusch. Dynamin-Stick. Weißt du? Ein Match. Und boom. Ermöglicht das Bohren von Löchern in den Boden für Sehbildung. Kann mit einem Sandsack gefüllt werden. Schwefel. Dachte ich mir. So. Wir brauchen Aloe Vera. Wir brauchen einen blauen Pilz. Und wir brauchen das da. Toll. So. Dann lassen wir das da mal drinnen. Für später. So. Essen. Nein. Falsch. Ja. Jetzt ist richtig. So. Was gehen wir da rein? Da werden wir noch was trinken. Dann machen wir uns noch ein kleines Mais-Süppchen. So. Und das werfen wir draußen rein. So. Super. Super. Ich finde das toll. Wir sind echt weit gekommen. So. Und bam. Ah. Schön. So. Wir haben den Blumenstrauch geholt. Wir waren noch mal in der Fabrik. Meine Lieben. Das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.